Komm mit uns in die Wälder. Wir wollen eine Räuberbande sammeln und du, Moor. Du sollst unser Hauptmann sein. Da fällt's wie der Star von den Augen, was für ein Tor ich war, dass ich ins Käfig zurück wollte. Mein Geist lustet nach Taten, mein Atem nach Freiheit. Frisch also, mutig ans Werk, ich will alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt, dass ich nicht Herr bin. Herr muss ich sein, damit ich mir das mit Gewalt ertrotze, wozu mir die Liebenswürdigkeit gebricht. Liebel ich wie mich selbst, Amalia. Wenn du mich liebst, kannst du mir nur eine Bitte abschlagen. Keine. Wenn sie nicht mehr ist als mein Leben. Eine Bitte, die du so gerne, so leicht erfüllen wirst. Hasse mich. Gib mir meinen Sohn wieder. Wer war's, der ihn den Fluch gab? Wer war's, der seine Sohn jagte im Kampf, Tod und Verzweiflung? Und du hast mir den Fluch aus dem Herzen geschmätzt. Hauptmann! Zumal meine Seele lebt! Ich will euch niemals verlassen! Freilich, der Wohlsam ist in den Tod. Irgendwann hat er ein bisschen gedroht. Ich treu und gehör so ein bisschen in den Tod. Die Räuber. Von 15. bis 29. Oktober im Stadttheater Bozen. Räuber und Mörder. Die Vereinigten Bühnen Bozen. Das Theater für ganz Südtirol. Von 15. душi. Und dann schauen schauen wir uns weiter. Vielen Dank.